Amanda Sonnenfels Die Jungfrau Gelesen von Jasmin Stab In der schönen Schweiz, und zwar just in dem Teil, welchen man das Berner Oberland nennt, ragt neben vielen mächtigen Bergriesen einer ganz besonders stolz und steil in die Wolken. Starre, spiegelnde Gletscher umgeben ihn rings wie ein funkelnder Gürtel, und eine dreieckige Eiskrone mit pländend weißem Schnee bedeckt, frönt seinen Gipfel. Glatte Eiswände senken sich gar schroff in die engen Täler hinab, und nur mit vieler Mühe und Lebensgefahr vermag eines Menschen Fuß an ihnen emporzuklimmen. Die Jungfrau wird jene Alpenspitze genannt. Und da dies ein höchst sonderbarer Name für einen Berg ist, so haben sich schon viele Leute ihre Köpfe darüber zerbrochen, weshalb unsere würdigen Voreltern gerade solch eine Benennung für ihn gewählt haben. Allerlei sonderbare Dinge wurden auch wohl schon mit Bezug auf den Ursprung dieses Namens ausfindig gemacht. Allein die eigentliche Wahrheit, wie ich sie jetzt weiß, vermochte noch niemand vor mir zu ergründen. Auf einer herrlichen Sommerreise durch die Alpen war es. Da begegnete mir dicht am Fuß der Jungfrau ein uralter Berggeist. Er sah aus wie die meisten seinesgleichen, hatte einen langen Bart, schneeweißes Haar und ein runzliges Gesicht, nur, dass er natürlich weit größer und mächtiger war als die Berggeister niedrigerer Gebirge. Er sagte mir, dass er noch um tausend Jahre älter sei als die Jungfrau und erzählte dann von ihr eine lange gar merkwürdige Geschichte. Ich war höchst verwundert über das, was ich zu hören bekam. Doch ich dachte zugleich, so genau und wahrheitsgetreu wie ein viertausendjähriger Berggeist könne niemand anders über derartige Geschichten Bescheid wissen. Und deshalb glaubte ich ihm Wort für Wort. Und behielt alles, was er mir sagte, so gut im Gedächtnis, dass ich euch die ganze Geschichte wiedererzählen kann, als ob ich selbst der Berggeist wäre. Also hört einmal. In grauer Vorzeit stand an der Stelle, wo jetzt die Jungfrau ragt, auf einem sanft ansteigenden, waldgegrenzten Hügel eine stolze Ritterfeste. Schattige Laubgänge und prächtige Blumenbeete schmückten den weiten Vorhof. Und drinnen hauste ein mächtig gebietender Graf, Dietrich von Trümletten, der reichste und vornehmste weit und breit. Seine Gemahlin war seit vielen Jahren tot. Doch er besaß eine wunderschöne Tochter namens Raut Gundis. Und da diese sein einziges Kind war, so wünschte er nichts sehnlicher, als dass sie einen Gemahl wählen möge, welcher dereinst als sein Nachfolger die ganze herrliche Grafschaft erben und beherrschen sollte. Um Freier hatte es auch wahrlich keine Not. Die tapfersten Ritter und die vornehmsten Grafen und Herzogssöhne kamen von nah und fern herbei und warben um die schöne Raut Gundis. Doch diese verlangte von jedem, der ihr Gemahl zu werden begehrte, dass er ihr zuvor drei Wünsche erfülle. Könnte er dies, dann wollte sie sogleich mit ihm Hochzeit feiern. Andernfalls aber sollte der Freier bei ihr bleiben und Sklavendienste verrichten, sein Leben lang. Dies verdross natürlich die stolzen Ritter gewaltig. Doch es schreckte sie keineswegs zurück. Jeder hoffte, die Wünsche der Grafentochter erfüllen zu können. Und fast noch zahlreicher als zuvor pochten die Freier an das Burgtor. Einzeln wurden dieselben vor die schöne Raut Gundis geführt. Sie saß auf einem Stuhl aus Bergkristall, trug köstliche Kleider aus schimmerndem Silberstoff und herrliche Alpenrosen aus Diamanten glitzerten in ihrem Haar und an ihrer Brust. Sie besaß wundervolle Augen und einen allerliebsten rosenroten Mund. Kurz, sie sah so über die Maßen reizend und lieblich aus, dass es jedem Freier, der sie sah, schließlich sogar ein großes Glück dünkte, wenn nicht anders, so doch wenigstens als ihr Sklave in ihrer Nähe bleiben zu dürfen. Ganz besonders schwer jedoch musste es wohl halten, die Wünsche der schönen Raut Gundis zu erfüllen. Denn so viele Bewerber sich um sie bemühten, es verlautete nichts, dass es einem von ihnen gelungen wäre, sie zur Braut zu gewinnen. Und noch keiner der unzähligen Ritter, welche fast täglich in die Burg einzogen, war von dort zurückgekehrt. Also verstrich ein ganzes Jahr. Endlich aber erhob sich Murren und Entrüstung wieder dies Treiben. Die vornehmsten Geschlechter des Landes wussten ihre Erbenen Sklavendiensten des übermütigen Edelfrouleins. Und Zorn und Trauer erfüllten alle Herzen. Ganz besonders schweres Leid aber war über ein edles Herzogshaus gekommen. Drei blühende Söhne hatte der Kreiseherzog Bernhard von Bern schon hinausziehen sehen nach dem Burgschloss des Grafen Dietrich. Und der vierte und letzte, Sigismund mit Namen, stand vor ihm, um Abschied zu nehmen, gleich den anderen. Vater, sprach der junge Sigismund mit blitzenden Augen, nicht um den Preis der stolzen Grafentochter ist es mir zu tun. Ich habe längst eine holde Braut gewählt. Doch die Brüder und all die anderen tapferen Ritter will ich befreien und nach vollbrachtem Werk die übermütige Raut Gundis so recht empfindlich strafen, indem ich sie verschmähe und anstatt mit ihr mit meiner kleinen Hilde, welche ich über alles liebe, Hochzeit feiere. Vielleicht bringt es mir Glück, dass ich nicht wie die anderen alle Begehr nach dem schönen Edelfroulein trage. Da der junge Ritter also gesprochen, ließ ihn der Vater ziehen. Denn er sah wohl ein, dass keine Gegenvorstellung fruchten würde, und in sausendem Galopp sprengte Sigismund alsbald auf demselben Weg, den seine Brüder genommen hatten, dahin. Der Abend dämmerte bereits, als er in das lebliche Tal einritt, von welchem aus man zu der Burg des Grafen Dietrich emporstieg. Die Glocken des kleinen Kirchleins, das am Fuße des Schlossberges mitten im Grünen lag, riefen gerade zur Abendandacht. Und da Sigismund ein frommer und gottesfürchtiger Ritter war, trat er in das Gotteshaus und betete dort lange und inprünstig um den Beistand des gnädigen Himmelsherrn, für das schwere Werk, welches er am folgenden Tag zu vollbringen hatte. Zuletzt mochte ihn wohl die Erschöpfung von dem langen Ritt überwältigt haben, denn er schlief ein, noch ehe die Andacht beendet war. Er wurde auf seinem hinter einem breiten Pfeiler befindlichen Platz von niemandem bemerkt, und der Küster verschloss, wie alle Abend, die anscheinend leere Kirche. Es war Mitternacht. Der zwölfte Glockenschlag verhallte eben, als Sigismund erwachte und schlaftrunken um sich blickte. Die ganze Kirche war dunkel, nur vor dem Altar brannte ein winziges Lämpchen. Nicht einmal der Mondschein drang durch die bunt bemalten Bogenfenster. Und man sollte meinen, dass dem Ritter in solch schauerlicher Einsamkeit und Finsternis das Gruseln gekommen sein müsste. Dies aber war keineswegs der Fall. Sigismund besaß ein mutiges Herz und ein gutes Gewissen. Und vor diesen beiden Dingen, das wusste er recht wohl, haben Menschen wie Geister Respekt. Er fand es nur recht unbehaglich, die ganze Nacht hindurch, anstatt in einem weichen Bett zu ruhen, mit der harten Kirchenbank für lieb nehmen zu müssen. Und eben schickte er sich an, seinen Mantel zusammenzurollen, um ihn als Kopfkissen zu benutzen. Da knarrte eine Tür, laut und vernehmlich. Und im gleichen Augenblick fiel ein heller Lichtschein auf den breiten Mittelgang der Kirche. Der Ritter sah erstaunt auf. Und was er nun erblickte, war seltsam und wunderbar genug, dass es selbst einen so mutigen jungen Helden wie Sigismund starr vor Staunen machen konnte. Ein kleiner Kirchturm nämlich. Wirklich und leibhaftig mit rotem Spitzdach und glänzendem Wetterhahn kam langsam gemächlich den breiten Gang heraufgewandelt. Er schritt so ruhig und sicher einher, als ob es selbstverständlich wäre, dass Kirchtürme Promenaden machen. Der Lichtschein aber rührte von einer kleinen Laterne, welche an der weißen Vorderwand des Turmes zu hängen schien. Als das wunderliche Gebäude näher kam, sah Ritter Sigismund jedoch, dass es eine Hand war, welche die Laterne festhielt. Ja, wahrhaftig, der Kirchturm hatte Hände. Und als es endlich dicht vor Sigismund stand und die Hand mit der Laterne hochhob, da erkannte der Ritter zu seinem maßlosen Staunen, dass auch ein Kopf mit klugen Äuglein und kurzen silberweißen Locken unter dem roten Spitzdach hervorguckte. Es war also doch kein eigentlicher Kirchturm, der da vor ihm stand, sondern ein kleines, wunderliches Männchen in weiten weißen Bluderhosen und eben solcher Weste, welches ein rotes Kirchturmdach, das fast doppelt so hoch sein mochte wie die ganze winzige Person, als Mütze auf dem Kopf trug. Zu seltsam, zu merkwürdig, dachte Ritter Sigismund, doch er fürchtete sich durchaus nicht. Vielleicht ist's gar ein Kirchenkobold. Dieser Gedanke schoss ihm plötzlich wie ein Blitzstrahl durch den Kopf. Und da das Männlein fortfuhr, ihn stumm zu betrachten, so hielt er es für das Beste, seinerseits dem unbehaglichen Schweigen ein Ende zu machen. Du scheinst dich über meine Anwesenheit hier zu wundern, liebes Männchen, sprach er daher freundlich. Ich bin Ritter Sigismund. Ich habe hier gebetet, bin, Gott weiß, wie es geschah, darüber eingeschlummert und erst jetzt erwacht. Das ist alles. Und du? Wer bist du? Bimbaum, was geht's dich an? gab das Männlein zur Antwort, blieb unbeweglich stehen, wo es stand und beguckte noch neugieriger als zuvor den jungen Ritter. Es geht mich schon etwas an, du unhöflicher Geselle, sprach dieser nun mit erhobener Stimme. Denn wenn du, wie ich vermute, ein Kirchenkobot bist, dann kann mir deine Weisheit vielleicht von Nutzen sein. Bimbaum, siehe, siehe, wie gut du unsere einen kennst, entgegnete wieder das Männlein. Dank auch recht schön für deine gute Meinung von meiner Weisheit, Junkerchen. Aber wirst schon erlauben müssen, meine Weisheit für mich zu behalten. Bimbaum, Bimbaum, ich steck dich in den Turm, du Menschenwurm. Und bei den letzten Worten machte der Zwerg dem Ritter eine lange Nase und lachte so höhnisch auf, dass es schier schauerlich durch die Kirche halte. Da überkam den jungen Sigismund heißer Zorn. Warte, du knirbst, du kecker Kirchenkobot, rief er entrüstet. Ich will dem Wetterhahn auf deiner Mütze bald einmal derart den Kopf umdrehen, dass du das böse Wetter, welches über dich kommt, schon merken sollst. Und ehe es der erschrockene Zwerg hindern konnte, hatte Sigismund den Kopf des goldfunkelnden Wetterhahns auf der roten Turmdachmütze gefasst und so kräftig herumgedreht, dass er vom Rumpf absprang und ihm in der Hand blieb. An seiner Stelle aber flammte eine rot leuchtende Fackel empor, und der Kobold brach alsbald in ein Wegeschrei aus, dass es dem jungen Ritter durch Mark und Bein ging. Oh, wie das brennt, wie das brennt, schrie er wild, fasste sich an den Kopf und sprang wie ein Gummiball in die Höhe, das die Flamme am Kopf des Wetterhahns jedes Mal laut aufzischte. Gib mir den Hahlenkopf zurück, junger, edler Ritter, gib mir den Hahlenkopf zurück, bat er dann mit so kläglicher Stimme, dass es einen Stein hätte erbarmen mögen. Sigismund aber hielt den kostbaren Hahlenkopf nur um so fester und erwog sorgsam, welchen Preis er für die Rückerstattung desselben verlangen solle. Verlange, was du willst, rief in diesem Augenblick der Kirchenzwerg, gerade als ob er die Gedanken des jungen Helden erraten hätte. Nur gib mir meinen Hahlenkopf zurück, wenn dieser nicht vor Eintreten des Neumondes an seiner alten Stelle sitzt, dann darf ich mich nie mehr vor meinesgleichen sehen lassen. Oh weh, oh weh, dann muss ich hinaus in den Sumpf und dort der hässlichen Sumpffrau mit den drei Froschköpfen Dienste tun, mein Leben lang. Edler Ritter, Sigismund, lass dich ja bitten. Sigismund musste laut auflachen über die jämmerliche Miene des noch kurz vorher so übermütigen Kirchenkubolts. Ha, Knirps, hab ich dich jetzt, rief er dann vergnügt. Möchtest mir nun wohl doch etwas von deiner kostbaren Weisheit ablassen? Wird mir's überlegen, ob ich sie brauchen kann. Morgen um diese Zeit sollst du, wenn es angeht, Bescheid haben. Doch einstweilen bleibt dieses nette Ding da mein. Mit diesen Worten steckte der Ritter den funkelnden Hahnenkopf in seine Brusttasche. Und so inständig der Zwerg auch bat und flehte. Es half ihm nichts. Als aber nach einiger Zeit der Haushahn des nächsten Bauernhofes plötzlich sein lautes Kickeriki ertönen ließ, da war es vorbei mit der ganzen Herrlichkeit des Kirchenkubolts. Die Flamme im Kropf des Wetterhahns erlosch jählings. Und der Zwerg selbst, samt seiner Turmdachmütze, schrumpfte im Nu zu einer Fingerlänge zusammen. Dann verschwand er gedankenschnell in dem kleinen Mauerritz eines Pfeilers. Ritter Sigismund hingegen wartete nunmehr ruhig, bis der Küster kam und die Kirche aufschloss. Unbemerkt entschlüpfte er als dann geschwind durch ein kleines Seitenpferdchen und stieg wohlgemut zu der Burg des Grafen Dietrich empor. Als er dort anlangte, saß die schöne Rautgundes noch beim Frühmahl. Dennoch wurde er unverzüglich zu ihr geführt. Und da er sie sah, war er ebenso wie alle anderen geradezu bezaubert von ihrer wunderbaren Schönheit. Rautgundes befand sich in einem herrlichen Garten. Die wundervollsten Blumen blühten in reicher Fülle rings um sie her. Und zahllose, in allen Farben schimmernde, außergewöhnlich große Papageien wiegten sich auf prächtigen Ziersträuchern jeglicher Art. Von ihr selber aber ging ein förmliches Leuchten aus. Und Sigismund hätte es wirklich nicht zu sagen vermocht, ob es die funkelnden Zieraten ihres Kristallstuhles oder die Silberkleider, die diamantenen Alpenrosen oder die strahlenden Augen der Jungfrau waren, welche ihn dermaßen blendeten, dass er in die Sonne zu schauen meinte. Im Nu waren sowohl seine Brüder, die er befreien wollte, wie die kleine Hilde, welche er so innig liebte, vergessen. Und er fühlte ebenso wie alle anderen Ritter, welche vor die schöne Grafentochter geführt worden waren, nur den einen brennenden Wunsch, die herrliche Rautgundes zur Braut zu gewinnen. Doch in dem Augenblick, da er einen heißen Kuss auf ihre weiße, weiche Hand drücken wollte, wurde plötzlich der goldene Hahnenkopf in seiner Brusttasche lebendig und pickte ihn so empfindlich mitten ins Herz, dass das Gewissen drinnen, welches für einen Augenblick eingeschlummert war, sofort erwachte und den jungen Ritter unerbittlich an seine Pflicht mahnte. Nun konnte er mit einem Mal der schönen Rautgundes ungeblendet in die strahlenden Augen sehen. Und ruhig fragte er alsbald nach den bewussten drei Wünschen. »Ich werde dieselben erfüllen oder mich selbst töten«, sagte er mit fester Stimme. »Dien Sklavendienst tue ich auch nicht dem schönsten Edelfräulein.« Rautgundes horchte hoch auf. So hatte noch keiner zu ihr gesprochen. Und sie war nicht wenig entrüstet über die Unhöflichkeit des jungen Herzogssohnes. Doch sie ließ sich durchaus nichts merken und entgegnete mit sanfter Stimme. »Du wärest doch wahrlich zu schade für Sklavendienste, edler Ritter.« »Da ich aber durch einen Schwur gebunden bin, dir solche, im Falle du meine Wünsche nicht erfüllen kannst, aufzuzwingen. Und da ich deinen Tod wiederum keineswegs zulassen würde, weil ich dich schon jetzt über alles zärtlich liebe. So bitte ich dich sehr ab von deinem Vorhaben. Du bist sehr gütig gegen mich, schöne Rautgundes,« nahm Sigismund wieder das Wort. »Und deine Liebe kann jedem Rittersmann nur Ehre und Glück bedeuten. Doch gerade deshalb beharre ich auf meinen Vorsatz und möchte sogleich deine drei Wünsche hören.« »Warte wenigstens bis morgen,« bat nun die Jungfrau mit bekümmerter Miene. »Wenn du bis morgen nicht anderen Sinnes geworden bist, es bedarf keiner Bedenkzeit für mich,« unterbrach hier stolz der junge Ritter die Rede des Edelfrouleins. »Meine Entschlüsse pflegen unverrückbar zu sein, wie die Berge der Alpen.« Rautgundes frohlockte. Dies hatte sie ja nur zu hören gewünscht, doch ihr falscher Mund redete gar zu gern falsche Worte und deshalb begann sie noch einmal. »So warte wenigstens bis zum Abend, du stolzer Junker. Lass mir so lange die süße Hoffnung, dass ich dein Sinn doch noch wenden könnte.« »Warte bis zum Abend,« flüsterte in diesem Augenblick auch noch eine andere, seltsam geheimnisvolle Stimme ganz deutlich dem Ritter ins Ohr. Doch so leise, dass es Rautgundes nicht hören konnte und gleichzeitig wurde der Hahnenkopf in seiner Brusttasche wieder lebendig. Sigismund erriet sogleich, dass die geheimnisvolle Stimme von dem Hahnenkopf kommen müsse und deshalb entgegnete er nunmehr lächelnd auf die Bitte der Jungfrau. »Wenn ich dir einen Gefallen damit erweise,« heulte Rautgundes, »dann will ich mich bis zum Abend gedulden.« Dies hatte die Jungfrau eigentlich gar nicht erwartet. Dennoch tat sie erfreut und entließ den Ritter mit vielen hultvollen Worten. Da die Sonne hinter die Berge sank, ließ sich Sigismund abermals bei ihr melden. Rautgundes saß wieder im Garten und spielte mit ihren Papageien. Doch als der Ritter zu ihr trat, scheuchte sie die Vögel mit ihrem seidenen Taschentuch und bot ihm die Hand zum Gruß. »Ich sehe dich mit Freuden wiederkehren, Herzogssohn,« rief sie im Munte entgegen. »Denn da du trotz meiner Abmahnungen nimmer den Mut verloren hast, so hoffe auch ich nunmehr, dass es dir gelingen wird, meine Wünsche zu erfüllen.« »Zunächst also,« »edler Ritter,«, »sollst du beweisen, dass deine Liebe für mich stark genug ist, nötigenfalls auch Schmerzen für mich zu erdulden?« Bei diesen Worten holte Rautgundes einen zierlichen Dolch mit goldenem Griff aus den Falten ihres Gewandes hervor und hielt ihn, die blitzende Klinge gegen Sigismund gekehrt, diesem hin. »Hast du den Mut, deine rechte Hand fest gegen die Spitze dieses Dolches zu drücken, dass sie von derselben durchstochen wird?« fragte sie alsdann. Doch kaum war das letzte Wort ausgesprochen, da flatterten sämtliche Papageien in höchstem Schrecken auf, schlugen angstvoll mit den Flügeln und seufzten tief und schmerzlich, wie sonst nur Menschen zu seufzen pflegen, und ebenso ward der Hahnenkopf in des Ritters Brusttasche plötzlich von einer wilden Unruhe erfasst. Rautgundes wandte in hellaufsteigendem Zorn ihren Kopf nach den Vögeln um, und ein einziger Blick ihrer blitzenden Augen genügte, um dieselben zur Ruhe zu bringen. »Die dummen Tiere haben mich so oft seufzen gehört,« sagte sie dann leichthin, »dass sie es von mir gelernt haben und wie dies ja eben die Art der Papageien ist, mir nachtun wollen.« Sigismund aber war genugsam gewarnt und wusste, was er zu tun hatte. »Schönsteraut Gundis, begann er deshalb. Es ist mir von Herzen leid, dass die Vögel so oft Gelegenheit haben, dich seufzen zu hören. Dies soll ganz gewiss anders werden, sobald du nur erst meine Gemahlin bist, und ich hoffe bestimmt, gar bald mit dir Hochzeit zu feiern. Ich würde gern tausendmal größere Schmerzen um dich leiden als diejenigen, welche mir die durchstochene Hand verursachen wird. Da es jedoch die Schwerthand ist, welcher die Wunde zugefügt werden soll, so gestatte mir, bevor ich dir zu Diensten bin, in der Kirche ein Gebet, um glückliche Heilung zu verrichten. Dies pflege ich allemal zu tun, bevor ich in den Kampf ziehe. Eine Verwundung der Schwerthand aber bedeutet für mich ebenso viel. Und du selber, edle Jungfrau, weißt es, dass ein Mann mit Wunderschwerthand ein toter Mann ist. Frau Gundis lächelte hämisch. Wer bürgt mir für deine Wiederkehr? fragte sie dann. Ich lasse dir mein Schwert zum Pfand und mein ritterlich Wort, entgegnete Sigismund. Nun denn, es sei, sprach die Grafentochter nach kurzem Besinnen. Doch wisse, wenn du morgen in der Frühe nicht vor mir stehst, um dein Wort einzulösen, dann sollen dich die Schergen meines Vaters durch die Lande hetzen und dich hängen wie einen Ehrlosen, wo sie dich finden. Und wenn du auch nur einem einzigen Menschen und wäre es dein Vater oder dein vertrautester Freund verrätst, welcher Art der Wunsch ist, den ich dir als ersten nannte, dann sollen dir meine Papageien stückweise die Zunge abbeißen, auf das du ein stummer Mann werdest fürs ganze Leben. Kein Sterblicher soll zwischen heute und morgen von mir erfahren, was du von mir verlangst. Ich schwöre es dir, sprach Ritter Sigismund feierlich. Dann legte er sein Schwert der schönen Rautgundis zu Füßen und stieg ins Tal hinab. Da er trunten anlangte, läuteten ebenso wie gestern auch wieder die Abendglocken des Kirchleins. Und ebenso wie gestern trat Sigismund in dasselbe ein. Er setzte sich so gleich auf den Platz hinter dem großen Pfeiler und betete dort wieder lange und inbrünstig. Als die Andacht jedoch zu Ende war und alle anderen die Kirche verließen, da drückte sich Ritter Sigismund diesmal mit Absicht in die dunkelste Ecke, um ja nicht bemerkt zu werden. Und bald war er auch wieder allein, ebenso wie in der vergangenen Nacht. Endlich kam die Mitternachtsstunde und kaum hatte die Turmuhr den zwölften Schlag getan, da knarrte auch schon wieder jene geheimnisvolle Tür. Und ebenso wie gestern kam der Kirchenkubold den Hauptgang der Kirche heraufgewandelt. Die Fackel im Hals des kopflosen Wetterhahns loderte hin und her und der Zwerg selbst schaute sich unruhig nach allen Seiten um. Als er des Ritters ansichtig wurde, tat er vor Freude einen hohen Sprung in die Luft und wäre ihm beinahe um den Hals gefallen. Mein Kopf, mein Hanenkopf, bringst du ihn mir wieder? rief er dabei atemlos. Im Baum, lieber bester Ritter, bringst du ihn mir wieder? Gemach, kleiner Alter, Gemach, sprach Sigismund und wehrte lachend den ungestümen Zwerg ab. Dein Hanenkopf hat mir heute schon ganz vortreffliche Dienste geleistet und ich bin nicht gesonnen, ihn leichten Kaufes herzugeben. Sobald du mir indessen hilfst, die Wünsche der schönen Raut Gundis zu erfüllen, dann sollst du dein Eigentum wiederhaben. Im Baum will sehen, was ich tun kann, Ritter Sigismund. Sag geschwind, was die stolze Grafentochter begehrt. Und Sigismund berichtete alsbald ausführlich über seine Erlebnisse im Schloss des Grafen Dietrich. Als er jedoch des seltsamen Seufzers der Papageien beim Anblick des kleinen Dolches und der gleichzeitigen Unruhe des goldenen Hanenkopfes Erwähnung tat, da unterbrach der Kirschenzwerg Jählings seine Rede. Bimbaum, da ist Zauber im Spiel, schrie er. Zauber, Zauber, ich habe ein Säftlein, das wird helfen, Ritter. Hahaha, die schöne Raut Gundis, du hast verspielt und ich habe meinen Hanenkopf wieder. Bimbaum. Also jubelte der trollige Kobold. Bald aber wurde er wieder ganz ernsthaft und sprach, Ritter Sigismund, du musst mich nicht etwa für einen gottlosen Tropf halten. Im Gegenteil, unser Einer ist fromm und gottesfürchtig, wie es nur ein guter Christ sein kann. Der liebe Gott würde es ja sonst nimmer dulden, dass ich in der Kirche hause. Ich übe auch nicht etwa unheiligen Zauber. Im Gegenteil, ich tilge Unheiliges mit Heiligem und habe manch bösem Spuk schon arg mitgespielt. Doch was wissen die dummen Menschen davon? Ja, Ritter, deinesgleichen will sogar niemals zugeben, dass unser Einer überhaupt auf der Welt ist. Alles, was die Menschen nicht begreifen, bestreiten sie einfach. Und dies gerade ist mein Ärger. Deshalb kann ich die Menschen nicht leiden. Na, die schöne Grafentochter soll es gar bald verspüren, dass es Kirchenzwerge gibt. Bei diesen Worten stampfte der Kobold mit dem rechten Fuß dreimal gegen eine Steinplatte des Fußbodens. Und sogleich wurde an jener Stelle eine weite Öffnung sichtbar. Als Sigismund näher trat, erblickte er eine dunkle, steinerne Treppe, welche von dort aus in die Tiefe führte. Folge mir, befahl kurz der Zwerg und begann alsbald die schmalen Stufen hinabzusteigen. Sigismund folgte. Die Laterne des Kobolds und ebenso die Fackel im Kropf des Wetterhahns leuchteten vortrefflich. Und bald langten sie vor einem mächtigen, mit glänzenden Edelsteinnägeln beschlagenen Tor an. Dieses flog von selbst brausend auf. Und Sigismund trat an der Seite des Zwerges in eine weite, hochgewölbte, kreisrunde Halle von eigenartiger Herrlichkeit. Sie schien ganz aus Gold und Silber erbaut. Die strahlenden Wände entlang aber standen hochragende, fremdartige Bäume mit glänzenden Blätterkronen und goldenen Früchten. Ihre Zweige breiteten sich bis in die Mitte der Halle und verschränkten sich dort zu einem schimmernden Kuppeldach. Ein Springquell stieg aus einem mit Edelsteinen gezierten, milchweißen Marmorbecken zu der smarabdgrünen Wölbung empor, netzte das prächtige Blätterwerk mit funkelnden Tropfen und fiel dann auf herrlich blühende Rosensträucher, welche das Marmorbecken drunten in weitem Kranz umgaben wieder herab. Sierliche Edelsteinbecher standen am Rande des Brunnens, zu köstlicher Labung ladend, und Goldfische spielten und tanzten in der spiegelnden Flut. Das war ein Leuchten, Blühen und Duften ringsumher, wie es just ein Sterblicher nimmer zu denken vermag. Ritter Sigismund meinte zu träumen, doch alsbald unterbrach der Kobold die wundersame Stille. »Junkerchen«, redete er schmunzelnd den Ritter an, »Geld, hier ist's schön. Glaub schon, dass dir die ganze Herrlichkeit ein wenig das Hirn verwirrt. Bist eben ein schwachköpfiger Mensch, wie die anderen auch. Wimbaum, was geht's mich an? Du sollst ein Säftlein haben und einen guten Weg.« Nunmehr langte sich der Zwerg einen der kleinen Edelsteinbecher und schöpfte aus dem Marmorbrunnen. »Ritter«, hob er dann wieder an, indem er auf den gefüllten Becher deutete. »Ritter, dies hier ist Wasser aus dem Jörnernfluss.« Ob es dir auch merkwürdig genug erscheinen mag. Es ist dennoch wirklich und wahrhaftig so. Als Papst Urbanus nämlich vor mehr als zweihundert Jahren zuerst die Fahrt nach dem Heiligen Land predigte, da zog ich in der Manteltasche eines Kreuzritters mit. In Palästina fand ich bei meinem Kollegen in der Kirche zum Heiligen Grabe vortreffliche Aufnahme. Und auf dem Rückweg reiste ich sehr bequem in der Sammelbüchse eines Mönches. Damals brachte ich mir zum ersten Mal in kleinen Muscheln Wasser aus dem Heiligen Jordanfluss mit nach Hause. Ebenso den kleinen Sprössling eines Zedernbaumes vom Libanon und das winzigste Zweiglein eines Rosenstrauches von Saron. Noch sechs Mal machte ich später dieselbe Reise. Ich habe viel gesehen und erlebt. Das Sultan-Schloss in Konstantinopel und die Pyramiden bei Kairo erschienen mir ganz besonders wunderbar. Doch die schwarzen Ägypter und die braunen Türken die mochten mir nimmer gefallen. Gar heiß ging es manches Mal her und gar oft musste ich mich in einem Sarazenen-Turban verkriechen, um nicht gespießt zu werden. Trotz aller Beschwerlichkeiten versäumte ich jedoch nie, ebenso wie von meiner ersten Pilgerfahrt, eine Muschel voll Jordanwasser, eine Saronsrose und einen Zedernschößling mitzubringen. Die sieben Zedernschößlinge pflanzte ich selbst hier sorgsam ein. Und siehe, es wurden sieben Bäume, wie sie Stolzer und Prächtiger selbst auf dem Libanon-Licht ragen. Mit den Saronsrosen tat ich das Gleiche, und herrlicher als meine sieben Sträucher blüht keiner in der Heiligen Heimat. Das Jordanwasser hingegen sammelte ich in diesem Marmorbecken. Und gleich den Zedernbäumen und Saronsrosen wuchs auch das Wasser von Jahr zu Jahr und schwoll endlich zu der klaren Flut an, welche du nunmehr hier erschaust. Dies aber geschah, weil des Himmels Segen darauf ruhte, da mein Tun dem lieben Herrgott wohl gefiel. Nun will ich den Saft einer Zedernfrucht in diesen Becher voll Jordanwasser träufeln und das Blatt einer Saronsrose als Würze hinzutun. Und sobald du den also gebrauten Heiligentrank zu dir genommen hast, bist du gefeit wieder jeden unheiligen Zauber. Ritter Sigismund wusste nicht, wie ihm geschah. Er lauschte der wundersamen Rede des Kobolds ohne ein Wort der Entgegnung und ließ es ebenso stumm geschehen, dass der Zwerg alsbald eine Zedernfrucht und ein Rosenblatt pflückte und mit beidem tat, wie er gesagt hatte. Dann nahm Sigismund den ihm gebotenen Becher und leerte ihn auf einen Zug. Wie köstlich erquickend der Trank mundete. Sigismund hatte nimmer einen ähnlichen getrunken und freundlich dankte er dem Zwerg. Schon gut, schon gut, sagte dieser. Bimbaum tat's nimmer aus Liebe für dich, tat's nur um meinen Hahnenkopf. Du bist nun gefeit wieder den bösen Zauber, der falschen Raut Gundis, und ich brauche kein ehrlich zu werden. Damit ist uns beiden gedient, Bimbaum. Und nunmehr fasste der Kirchenzwerg den Ritter bei der Hand und zog ihn eilig aus der wunderbaren Halle hinaus. Das Tor derselben schloss sich sofort hinter ihnen, und wenige Augenblicke später standen sie wieder oben in der Kirche neben dem großen Pfeiler. Nunmehr aber sprang der Hahnenkopf ganz von selbst aus der Brusttasche des Ritters auf den Hals des goldenen Wetterhahns. Die Fackel erlosch augenblicklich und der Kopf saß fest auf seinem Platz. Als ob es nie anders gewesen wäre. Mein Hahnenköpflein, mein kostbares Hahnenköpflein, hab ich dich wieder! rief der Kobold ganz außer sich vor Freude und tanzte in posierlichen Sprüngen jauchzend um den Ritter herum. Sigismund seinerseits war auch nicht wenig vergnügt, konnte er nunmehr doch beruhigt seine Hand dem goldenen Dolch des Edelfrouleins darbieten. Plötzlich aber fiel es ihm schwer aufs Herz, dass er noch die beiden anderen ihm bis dahin noch unbekannten Wünsche der schlimmen Raut Gundes zu erfüllen blieben. Wer konnte wissen, welche Bewandtnis es mit diesen haben mochte? Und sogleich stand sein Entschluss fest, sich auf der Stelle auch des ferneren Beistands des Kirchenzwerges zu versichern. Zwerglein, begann er deshalb, ich habe dir deinen Hahnenkopf für zu billigen Preis wiedergegeben. Denn mag dein Trank auch vortrefflich wirken gegen den goldenen Zauberdolch. Mir liegt es, ob auch noch die beiden anderen Wünsche der Jungfrau zu erfüllen. Und es ist nicht mehr als billig, wenn ich, da du deinen Hahnenkopf nunmehr wiederhast, eines anderen Pfandes begehre, welches mir deinen ferneren Beistand sichern soll. Gib mir einer deiner Schuhe oder deine Laterne oder was der sonst beliebt. Doch ohne Pfand weiche ich nicht von der Stelle. Der Zwerg kicherte leise in sich hinein. Bimbaum, was geht's mich an? Ich steck dich in den Turm, du Menschenwurm! rief er dann plötzlich höhnend, machte dem Ritter ebenso wie gestern eine lange Nase und wollte eilig entfliehen. Auch der goldene Wetterhahn auf der Turmdachmütze hob die Flügel, als ob er davon fliegen wolle. Mit einem einzigen Schritt aber hatte Sigismund den Zwerg eingeholt und ebenso wie gestern den Kropf ergriff er heute in aufwallendem Zorn einen der ausgebreiteten Flügel des Wetterhahns. Knicks, knacks, da sprang er vom Rumpf ab und Ritter Sigismund hielt fest, was er in der Hand hatte. Aus dem abgebrochenen Flügelstumpf schoss im gleichen Augenblick ein roter Pilz hervor und mit gellendem Aufschrei warf sich der Kobold verzweifelnd zur Erde. Die hieß formaledeite Menschengeschlecht, klagte er schluchzend. Ob wir auch tausendmal klüger und besser sind, unser eins zieht immer den kürzeren. Bimbaum, welchen Preis verlangst du für deinen Raub? Sprich, welchen Preis verlangst du? Hm, werd mir's überlegen, entgegnete Sigismund und betrachtete den zierlichen Hahnenflügel von allen Seiten. Er war überaus kostbar. Die Außenseite strahlte von lauterem Gold, die Kierseite schien ein blitzender Silberspiegel. Wie lange willst du dir's überlegen, Ritter Sigismund? fragte der Zwerg wieder in kläglichem Ton. Sei barmherzig und gib mir meinen Hahnenflügel gleich jetzt zurück. Er ist mein kostbarstes Kleinod. Die liebliche Elfe Silberlicht aus dem Lauter Brunnental hat ihn mir geschenkt, auf das ich in seinem Silberspiegel wenigstens alljährlich einmal ihr holzseliges Angesicht schaue. Der köstliche Silberspiegel hat nämlich die wunderbare Eigenschaft, jedem, der in der Johannisnacht im Scheine der Johannisfeuer hineinschaut, das zu zeigen, was er sich gerade zu sehen wünscht. Ich aber wünsche immer das Gleiche, wünsche immer nur die Elfe Silberlicht zu sehen, denn sie ist seit hundert Jahren meine liebe Braut. Ihre vielen Vettern und Basen wollen aber durchaus nicht, dass wir Mann und Frau werden und hintertreiben deshalb so oft sie können unsere Zusammenkünfte. Nur die Patin der Elfe, die Feenkönigin Poesie, nämlich ist unserem Bunde freundlich gesinnt. Sie beschützt uns, so viel sie kann. Von ihr stammt auch der silberne Zauberspiegel, den mir meine Braut geschenkt hat. Die morgige Nacht aber ist Johannisnacht. Und wenn ich, sobald die Johannisfeuer von den Bergen leuchten, nicht in den Spiegel schaue, so muss ich wieder ein volles Jahr lieber Ritter, gib mir meinen Hahnenflügel mit dem Zauberspiegel. Sigis Mund hatte den Worten des Kobolds geaufmerksam zugehört und sich dabei so seine eigenen Gedanken gemacht. Jetzt aber sprach er mit fester Stimme, Zwerglein, nimm dir's nicht gar zu sehr zu Herzen, wenn du dein Schätzchen erst übers Jahr wieder siehst, alte Liebe rostet nicht. Mir aber könnte der Hahnenflügel mit dem Zauberspiegel in der morgigen Johannisnacht gar sehr zustatten kommen und deshalb nehme ich ihn mit. Dagegen hilft kein Ach und Weh. Sofern du dich jedoch feinartig und höflich beträgst, sollst du, wenn es angeht, übermorgen um diese Zeit dein Eigentum wiederhaben. Bimbaum, Bimbaum, wimmerte der Kobold mit so jämmerlicher Stimme, dass er dem jungen Ritter trotz seiner vorherigen Unart herzlich Leid tat. Doch er wimmerte nicht lange. Des Bauern Haushahn machte mit seinem Kikeriki ebenso wie gestern der Herrlichkeit des Kirchenzwerges ein schnelles Ende. Und bald war Sigismund wieder völlig allein in der dämmerigen Kirche. Er legte sich ruhig noch für ein Stündchen auf die harte Kirchenbank zum Schlummern wieder. Und später, sobald der Küster die Kirche aufgeschlossen hatte, entschlüpfte er durch dasselbe Seitenpförtchen wie am vorhergehenden Tag, wiederum völlig unbemerkt. Wohlgemut stieg er alsbald den Schlossberg empor und ließ sich sogleich vor die schöne Raut Gundis führen. Nun, Ritter Sigismund, begrüßte ihn diese lächelnd, du hast dich als ein Mann von Wort erwiesen und hoffentlich hat deine fromme Andacht auch den erwünschten Erfolg. Das wolle Gott, entgegnete der Ritter kurz. Raut Gundis überreichte ihm nunmehr sein Schwert und hob als dann den funkelnden Dolch empor. Ihre Augen blitzten dabei fast ebenso wie die fein geschliffene Stahlklinge. Ritter Sigismund aber drückte furchtlos seine rechte Hand gegen die haarscharfe Spitze derselben. Und nun geschah etwas außerordentlich Wunderbares. In dem Augenblick nämlich, da die Dolch Spitze des Ritters Handteller berührte, verwandelte sich diese in den weichen Blumenstempel einer brennend roten Feuerlilie. Des Ritters Handteller blieb völlig unversehrt. Raut Gundes jedoch fühlte in der Iren, welche den goldenen Griff des Dolches hielt, einen so schmerzhaften Stich, dass sie denselben laut aufschreiend losließ und blass und blass wurde wie eine Kalkwand. Da die Blume am Boden lag, sah Sigis Mund, dass ihr Stängel das Aussehen eines fettleibigen ekligen Regenwurms hatte, und schnell entschlossen hieb er diesen mit seinem Schwert mitten durch. Fahr zur Hölle, du Hexengezücht, rief er dabei mit Donnerstimme, und zischend und siedend stieg alsbald von der Stelle, auf welcher die Blume lag, wässriger Dampf empor. Es sah aus, als ob Feuerlilien mit Regenwürmern und Dolchklingen drinnen herumtanzen würden. Dies dauerte jedoch nicht lange, der Qualm verflog, und gleichzeitig war auch die Feuerlilie samt dem Regenwurm Stängel spurlos verschwunden. Erst jetzt gewahrte Sigismund den furchtbaren Zornesblick, welchen Rautgundes auf ihn heftete. Und alsbald begann sie mit völlig veränderter Stimme. Wie bist du, Ritter Sigismund, dass du es wagst, mein Eigentum zu vernichten? Und welche Höllenkünste hat dich dein Gebet gelehrt, dass du es vermagst, harten Stahl in Teufelsspuk zu verwandeln? Jungfrau Rautgundes, entgegnete Sigismund ernst. Mein Gebet lehrte mich Unheiliges mit Heiligem besiegen, das ist alles. Nun aber bitte ich dich, mir deinen zweiten Wunsch zu nennen. Du wirst ihn noch früh genug erfahren, sprach Rautgundes finster. Jetzt lasse mich allein und bleibe mir fern, bis du gerufen wirst. Doch dass du es wissest, die Torwächter haben strengen Befehl, dich nimmer aus der Burg zu lassen, bevor du deine Aufgabe erfüllt hast. Auf eine fromme Abendandacht in der Kirche wirst du also heute wohl oder übel verzichten müssen. Ritter Sigismund verneigte sich stumm und ging. Rautgundes aber, sobald sie sich allein sah, raufte ihr Haar und gebärdete sich wie unsinnig vor Wut. Dieser Ritter Sigismund, sprach sie zähneknirschend vor sich hin. Er hat sich mit einem größeren Zauberer beraten als ich. Der Teufel selbst muss sein Lehrmeister gewesen sein. Oh, dass ich so einfältig sein konnte, ihm die Andacht in der Kirche zu gestatten. Wahrlich war es in der Hölle anstatt in der Kirche. Doch warte, Junkerchen, ich will dir's schon heimzahlen, wenn ich nur einen zweiten, recht unerfüllbaren Wunsch erdenken könnte. Und nun sahen Rautgundes hin und her. Doch so verschiedenartige Pläne ihr auch durch den Kopf gingen, keiner erschien ihr der rechte. Die Sonne sank bereits hinter die Berge, da ward die Jungfrau von neuem zornig, und in Krollen der Ungeduld zupfte sie dem ihr zunächst sitzenden Papageien die Schwanzfedern aus, dass er vor Schmerzlaut wehklagte wie ein Mensch. Das Gesicht der Grafentochter aber erhellte sich plötzlich. Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, rief sie vergnügt, ordnete geschwind ihr zerzaustes Haar und befahl, da es schon dunkel geworden war, Fackeln herbeizubringen. Dann ließ sie Sigismund rufen. Dieser erschien sogleich, grüßte feinritterlich und wartete auf die Anrede der Grafentochter. Ritter Sigismund, begann diese auch bald sehr freundlich. Es tut mir leid, dass ich vorhin in meinem Schrecken über den gräulichen Spuk, den Gott weiß, welcher schlimme Höllengeist verschuldet haben mag, hart und ungerecht gegen dich gewesen bin, und ich will dir deshalb die Erfüllung meines zweiten Wunsches recht leicht machen. Deine Kleider, edler Juncker, wollen mir nicht gefallen. Panzerhemd und Eisenhelm schicken sich wohl für den Schwertkampf. Allein in einem freier ziemlich zierlichere Gewandung. Nun rate mal, in welcher Gestalt oder vielmehr in welchem Kleide ich dich am liebsten sehen möchte. Ich zähle bis drei. Dann sollst du es mir sagen. Kaum aber hatte Raut Gundes ausgesprochen, da flammten rings von den Bergen die Johannesfeuer in solch strahlender Pracht und Helligkeit auf, dass Raut Gundes völlig geblendet für eine Minute die Augen schließen musste. Nun konnte sie es nicht sehen, wie Sigismund fluchs nach dem goldenen Hahnenflügel in seiner Brusttasche griff und geeilig im Schein der Johannesfeuer in den silbernen Zauberspiegel auf dessen Kehrseite schaute. Er wünschte natürlich das Gewand zu sehen, welches er der Grafentochter bezeichnen sollte. Und ob er auch bis dahin niemals im Leben in bleicher Furcht erzittert war, das, was er nunmehr erblickte, machte ihn doch schaudern, und er fühlte, wie es ihm eisig kalt über den Rücken lief. Ein großmächtiger, bunt schillernder Papagei nämlich, starrte ihm mit runden, blöden Augen aus dem funkelnden Silberspiegel entgegen. Blitzschnell stieg ihm zugleich der Gedanke auf, dass die teuflische Raut Gundes wahrscheinlich all ihre Freier in Papageien verwandle, und dass daher die große Menge dieser Vögel in dem herrlichen Burggarten und daher auch deren menschliche Seufzer kommen mochten. Wie schuppend fiel es dem Ritter von den Augen, und er hatte Mühe Ansicht zu halten, doch er blieb besonnen und tapfer, und als Raut Gundes wieder aufschaute, da befand sich der goldene Hahnenflügel längst wohlgeborgen an seinem alten Platz. Mit heimlichem Krauen hörte Sigismund nunmehr die Jungfrau bis auf drei zählen, doch sobald sie geendet hatte, sprach er mit klarer fester Stimme, »Das «, »Besach«, 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 Dienerschaft herbei, und als er vernahm, was vorgefallen, befahl er seinen Dienern, die ohnmächtige Raut Gundes ins Schloss zu tragen, während er selbst den jungen Ritter in sein eigenes Zimmer führte. Dort bat er ihn, mit Tränen in den Augen tapfer auszuharren, und der edle Herzogssohn versicherte, keinen Schritt weichen zu wollen, ehe er das Werk ganz vollbracht haben würde. Graf Dietrich seufzte schmerzlich auf und entfernte sich dann schweigend mit tief bekümmerter Miene. Da Sigismund allein war, legte er sich sogleich auf das seidene Ruhebett, welches sich im Zimmer befand, zum Schlummernieder, und schlief fest bis zum anderen Morgen. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als er sich von seinem Lager erhob. Und bald brachte ein Diener des Grafen das Frühstück. Dieser berüchtete, dass Raut Gundes krank auf ihrem Ruhebett läge und seit gestern noch kein Wort gesprochen habe. Dann ging der Diener und Sigismund blieb wieder allein. Unsäglich langsam rückte die Zeit vor. Endlich brachte wiederum einer der Diener das Mittagsmahl und erstattete dem ungeduldig fragenden Ritter denselben Bericht wie am Morgen. Sigismund musste sich in Geduld fassen. Erst als die Abendnebel schon aus den Tälern stiegen, ließ ihn Raut Gundes zu sich entbeten. Diesmal saß sie kreide kreidebleich starr wie Marmor in ihrem Sessel und ihre Stimme klang schrill und hohl wie zersprungenes Glas, als sie zu sprechen begann. Herzogssohn, sagte sie, da du vollbracht hast, was keiner zu vollbringen vermochte, so wird dir die Erfüllung meines dritten Wunsches ohne Zweifel ein Kinderspiel sein. Ich habe sogar schon Befehl gegeben, unser baldiges Hochzeitsfest zu rüsten. Sie lachte so höhnisch, dass Sigismund meinte, den leibhaftigen Teufel lachen zu hören. Doch er blieb völlig ruhig und Raut Gundes fuhr so gleich fort. Ich begehre nämlich nichts mehr und nichts weniger als das Geschmeide der Nordpulvieh. Es sei deine Brautgabe. Ihr Gürtel und ihr Diadem sind die herrlichsten Kleinodien, die es gibt. Sie bestehen aus lauter Eisdiamanten und funkeln heller als irgendein Edelstein der Welt. Die Nordpulvieh wohnt zwar in einem Eispalast, welcher viele hundert Meilen entfernt von hier ist. Doch was tut's? Du scheinst ja über so wunderbare Mächte zu gebieten, dass es dir sicher nicht schwer fallen wird, irgendeinen Luftgeist zu bereden, das Geschmeide herbeizuholen. Ich lasse dir bis morgen voll Zeit. Schaffst du mir bis dahin den gewünschten Brautschmuck, dann werde ich noch morgen deine Gemahlin. Kommst du aber mit leeren Händen, dann wirst du wie all deine Vorgänger Sklave im Federkleid des Papageien, denn dies ist in der Tat das jenige Gewand, in welchem ich dich am liebsten sehen möchte. Nach diesen Worten hielt Raut Gundis inne und schaute den Ritter mit boshaften Blicken an. Doch als dieser in Schweigen verharrte, begann sie von neuem. Nun, edler Junke, weshalb sagst du nicht, wie dir mein Wunsch gefällt? Bist doch wohl nicht über Nacht stumm geworden. Und als Sigismund auch jetzt kein Wort erwiderte, Er vermochte vor Entrüstung und Verachtung nicht zu sprechen. Da befahl sie ihren Dienern, den Ritter in das tiefste Burgverlies zu führen und ihn dort bis zum kommenden Morgen gefangen zu halten. Die Diener gehorchten und Sigismund folgte ihnen willig. Im Burghof aber begegnete ihm Graf Dietrich. Der schickte die Diener fort und geleitete den Ritter ebenso wie am vorhergehenden Tag selbst in das nämliche Zimmer, welches Sigismund vor kaum einer Stunde verlassen hatte. Mehr konnte der Graf nicht tun. Und noch betrübter als gestern ging er bald wieder von dannen. Darauf hatte Sigismund indessen nur gewartet. Sobald nämlich die Tür hinter dem Grafen ins Schloss gefallen war, zog er geschwind den goldenen Hahnenflügel hervor, band ihn an seiner rechten Schulter fest und öffnete dann das Fenster. Solchermaßen wollte er versuchen, ob er mithilfe des Goldflügels ins Tal hinabfliegen und in die Kirche zu dem klugen, zauberkundigen Kirchenkobolt gelangen könne. Denn nur der Kirchenkobolt vermag ihr zu helfen, sprach er zu sich selbst. Also erstick Sigismund eilig die Fensterprüstung, warf die Arme in die Luft, wie man es im Wasser beim Schwimmen zu tun pflegt, und wahrhaftig, es ging. Der Flügel begann sich zu regen, sich auszubreiten und zu wachsen, und hob den Ritter hoch in die Luft, sodass man ihn von der Burg aus bald gar nicht mehr sehen konnte. Nun war Sigismund über über die maßen froh. Mit einem Flügel ließ es sich indessen doch wohl nicht so gut fliegen wie mit zweien. Der Junker wurde bald ganz atemlos vor Anstrengung, der Wind warf ihn hin und her, und plötzlich ging es in sausender Geschwindigkeit abwärts. Es flirrte wie von zerbrochenen Fensterscheiben, und bumms, da lag der Junker auch schon mit schmerzenden Gliedern an einem nachtdunklen Ort. Er wusste selbst nicht wo. Anfänglich war er fast betäubt von der gewaltigen Erschütterung des jenen Falles. Er erholte sich jedoch schnell, und potztausend, er merkte bald, dass er just dort war, wo er sein wollte, nämlich in dem kleinen Kirchlein am Fuße des Schlossberges. Schnurstracks war er durch eines der hohen Kirchenfenster hineingeflogen und hatte dabei die bunten Scheiben desselben mit solcher Heftigkeit eingeschlagen, dass sie wie die Dachsteine im Sturmwind herumgeflogen waren. Und jetzt wurde es mit einem Mal auch hell um ihn her. Und dies hing mit der Laterne des Kirchenkubolts zusammen. Dieser kam nämlich soeben geeilig auf den Ritter zugeschritten. Das Schlagen der Mitternachtsstunde mochte Sigismund wahrscheinlich in seinem Schrecken überhört haben. Doch was kam es darauf an, wenn der Kirchenzwerg nur da war und half? Koboldchen, rief deshalb Sigismund dem kleinen Munter entgegen und sprang geschwind auf die Füße. Koboldchen, du sollst deinen Goldflügel wiederhaben, sobald du mir nur noch heute, nur noch dieses eine Mal hilfst. Doch es hat Eile, große Eile. Bimbaum, ich muss wohl, entgegnete der Zwerg mürrisch. Also, was gibt's? Und nun erzählte Sigismund geschwind, was er seit vorgestern erlebt hatte, und fragte ihn zum Schluss, ob er ihm helfen wolle, das Geschmeide der Nordpolfee zu gewinnen. Ja, dazu verhelfe ich dir gern, rief der Kobold vergnügt. Die Nordpolfee ist nämlich eine entfernte Verwandte der Elfe Silberlicht. Ich glaube, sie ist ihre Base im 20. Glied. Und just sie eifert am schlimmsten gegen unsere Liebe. Das kommt daher, weil ihr Herz ein Eisklumpen ist und nichts füllen kann. Sie weiß eben überhaupt nicht, was Liebe bedeutet. Bimbaum, wenn's gilt, der einen Possen zu spielen, da bin ich dabei. Große Eile tut freilich Not, Mitternacht ist vorüber und nahe ist's nimmer bis zum Eisschloss der Fee. Doch keine Sorge, Bimbaum, keine Sorge, jetzt aber troll dich, Junkerchen, und folge mir geschwind. Und der trollige Kirchenzwerg eilte von Sigismund gefolgt, so schnell ihn seine winzigen Füße zu tragen vermochten, den breiten Mittelgang der Kirche herunter, bis Pferdchen gelangten. Dieses sprang alsbald ganz von selbst auf und verursachte dabei jenes Knarren, welches Ritter Sigismund allemal bei dem Erscheinen des Kirchenzwergs vernommen hatte. Huttig hinein und Huttig hinauf, befahl dieser jetzt und Sigismund gehorchte. Über eine enge Wendeltreppe ging es im Finstern aufwärts. Der Ritter merkte wohl, dass es der Kirchturm war, in welchem sie zur Glockenstube emporstiegen, und richtig, nach wenigen Minuten waren sie auch dort angelangt. Wunderlich genug sah es droben aus. Die Glocke erschien dem Ritter Sigismund fast so groß wie ein ganz kleines Stübchen. Ihre blanken Erzwände waren bedeckt mit Fledermäusen, und auf dem fast drohend hin- und herschwenkenden riesengroßen Klöppel schaukelten sich zwei schneeweiße Eulen. Nicht weit davon war die Turmuhr. Tick-Tack, Tick-Tack, ging es drinnen ohne Unterbrechung, wie eben in jeder Uhr. Doch zwischen den blanken Rädchen spazierten Daumen große Goldkäfer aufrecht umher, und als der Kobold an die Uhr herantrat, machten sie ihm alle tiefe Verbeugungen. Neben dem Ziffernblatt stand ein stattlicher Knecht Trubrecht, mit langem weißem Bart und einem mächtigen Sack auf dem Rücken. Der konnte sich nicht so tief verneigen wie die Goldkäfer, denn er war aus Holz geschnitzt. Aber mit dem Kopf nickte er dennoch. Das konnte er ganz gut, und er tat es auch gern, aus Respekt vor dem Kirchenkobold. Junkerchen, richtete dieser jetzt wieder seine Rede an Ritter Sigismund. Junkerchen, wie gefällt dir das muntere Völklein? Nicht wahr? Die Goldkäfer Livree der Urkobolde ist nicht übel. Sie sind mir sämtlich untertan. Und ich habe sie zu Leibwächtern des wackeren Ruprecht bestellt. Der ist nämlich mein Schatzmeister. In seinem Sack stecken meine Kleinodien. Die sind so schwer, dass er sich nicht vom Fleck rühren kann. Und deshalb tritt er auch nicht mehr, wie er früher zu tun pflegte, nach Ablauf einer jeden Stunde vor den Turm hinaus. Die Menschen, welche es eben nicht besser wissen, meinen, das Uhrwerk sei verdorben. Aber wie gesagt, nur der schwere Sack trägt die Schuld. Drinnen befinden sich neben vielem anderen auch die Handschuhe des Eisriesen. Ich erhielt dieselben einstmals zum Dank für einen Dienst, welchen ich jenem erwiesen. Und nun ist es um deinet willen recht gut, dass ich sie besitze. Du musst sie nämlich anlegen, sonst erstarren dir deine Finger zu Eis, sobald du das Geschmeide der Nordpol-Fee anrührst. Mit diesen Worten langte der Kobold ein paar Riesenhandschuhe aus dem Sack des hölzernen Ruprecht heraus. Sie waren aus Seehunds Fell genäht und so groß, dass des Ritters ganze Hand im Mittelfinger Platz hatte. Doch das verschlug nichts und Sigismund zog sie vergnügt Dann ergriff der Zwerg die beiden Eulen, brach einer den rechten, der anderen den linken Flügel ab und band die beiden Eulenflügel an den Schultern des Ritters fest. Darüber erhoben die misshandelten Vögel ein großes Geschrei. Doch der Zwerg achtete ihrer nicht, sondern führte den Ritter demnächst an eines der offenen Turmfenster und mit der Hand hinausdeutend wies er ihm den Rechen ernehmen musste, um zur Nordpol Fee zu gelangen. In der Richtung gen Mitternacht musst du deinen Flug halten, sagte er, über die Berge der Alpen hinweg, den grünen Rheinstrom entlang und dann an dem Lande der Angelsachsen vorbei, über den großmächtigen Atlantischen Ozean. Auch musst du an einer Insel vorüber, auf welcher nichts wächst als Moos, wo die Gletscher noch weit mächtiger ragen als hierzulande und die Quellen dennoch kochend aus der Erde sprudeln, wo die Berge rauchen und der längste Tag wie die längste Nacht eine ganze Woche dauern. dem dem Zwerg dank und lebewohl zu rufen. Er flog geschwind wie der Wind. Dabei verfehlte er nimmer das Gesicht, gehen Mitternacht zu kehren. Und dies war das Einzige, was er tun konnte. Ehe er sich dessen versah, lagen die Berge der Alpen weit hinter ihm. Andere Berge erschienen und verschwanden im Nu. Der Rheinstrom leuchtete auf einer guten Strecke Weges wie ein funkelndes Smaragdband ihm zur Seite. Dann hörte er es Brausen und Tosen wie heulenden Sturmwind. Und da war er an der Nordsee. Und hoch über die schäumenden Wogen hinweg flog Sigismund ohne Aufenthalt immer weiter und weiter. Liebliche Meerweibchen sah er im Mondschein auf den Wellen schaukeln und kräuliche Seetiere sah er Wasserspein. Das ist wie ein Springquell in die Höhe schoss. Bald tauchten die Leuchtfeuer an den Küsten Britanniens auf. Sigismund flog hart an dem Königsschloss der Hauptstadt vorüber und guckte durchs Fenster hinein. Dort lag Englands König Eduard von Anjou und träumte von Schottlands Krone. Auch den Traum sah Sigismund ganz deutlich an dem Ruhebett des Schläfers stehen. Das war zu wunderbar. Doch nur nur einen kurzen Augenblick lang durfte Sigismund in das königliche Schlafgemach schauen. Im Nächsten war er schon wieder weit weg. Das schottische Hochland stieg nunmehr wie ein flüchtiges Luftgebilde vor seinen Augen auf. Dann war auch dieses verschwunden und nichts als Wasser. Der ganze unendlich große Atlantische Ozean dehnte sich unter ihm. Sigismund flog und flog und spähte dabei eifrig in die Ferne, ob nicht endlich die Insel des Eisriesen sichtbar würde. Und richtig, da sah er sie auch schon inmitten des brausenden Meeres ragen. An den rauchenden Bergen und an den dampfenden Quellen hatte er sie bald erkannt. Und als er ganz nahe war, da sah er auch den Eisriesen vor seiner Höhle stehen. Dieser war furchtbar anzuschauen, fast klich er einem mächtigen aufrechtgehenden Eisbären. Nur an dem unbehaarten wohlgebildeten Gesicht erkannte man, dass es doch kein Eisbär war. Sigismund flog eiligst zu ihm hinab und rief ihm schon von Weitem entgegen. Lieber Eisriese, ich bringe dir Grüße vom Kirchenkobold aus dem Trümlitten Tal. Er hat mich zu dir gesandt, damit du mir den Weg zur Nordpol Fee weisest. Ich muss nämlich deren Geschmeide für die stolze Tochter des Grafen Dietrich von Trümleten rauben. Vielleicht weißt du mir zu sagen, wie dies am leichtesten zu bewerkstelligen sein möchte. Der Kirchenkobold meinte, du wärst sein Freund und hieltest viel auf seine Empfehlung. Es ist kalt, gab der Eisriese zur Antwort. Meine guten Handschuhe fehlen mir sehr. Doch der Kirchenzwerg ist mein Freund, das ist wahr. Und wenn er dich sendet, so will ich dir helfen. Wie geht es dem Zwerglein? Sagt es noch Bim Baum? Es ist kalt, friert dich nicht, Junkerlein? Und in dem Augenblick, da der Eisriese also fragte, fühlte Ritter Sigismund plötzlich, dass seine Füße schon ganz zu Eis erstarrt waren. Doch seine Hände, die hatten es gut, denn die steckten in des Eisriesen Handschuhen. Ja, lieber Eisriese, mich friert sehr an den Füßen, sagte er daher. Doch das tut nichts. Ich muss eiligst weiter, sag nur geschwind Bescheid über die Nordpol Fee. Ich bitte dich recht schön, lieber Eisriese. Eile mit Weile, kommst schon noch zurecht. Es ist kalt und bei der Nordpol Fee ist noch kälter. Da, nimm meine Pelzschuhe und fliege hin, wo das Nordlicht am rötesten leuchtet und die Gletscher am weißesten funkeln. So kannst du nicht fehlen. Das Nordlicht ist die Lampe im Saal der Polfee und die frunkelnden Gletscher sind die Wände desselben. Es ist kalt, aber dort ist's noch kälter. Wenn das Nordlicht erblasst, dann geht die Fee schlafen und legt das Geschmeide ab. Sie legt es neben sich in eine bunt bemalte Schneeschale. Ist die kalt und das Geschmeide ist noch kälter. Doch von dort vermerkst du es zu rauben. Fein behutsam musst du es freilich anstellen, damit die Fee nicht erwacht. Der Eispalast hat zwar kein Dach, aber du kannst dennoch nicht von oben her hineinfliegen, weil du dir an dem Nordlicht, selbst wenn es verblasst ist, die Flügel versengen würdest. Also musst du durch das große Spiegeltor eintreten. Damit hat es aber sein Wesen. Das große Spiegeltor wird nämlich von dem Palastgesindel der Polfeger Strenge bewacht. Gutwillig wirst du nimmer eingelassen und dein Schwert kann dir auch gar nichts nützen. Der ganze Hofstaat ist aus Eis und Schnee. Am Eis aber zerspringt deine Klinge und dem Schnee bringt sie keinen Schaden. Im Gegenteil schlägst du einem Wächter den Kopf ab, wächst ihm augenblicklich ein neuer auf dem Rumpf und an den abgeschlagenen Kopf wächst ein neuer Körper. Da sind es dann sogar zwei Wächter anstatt des einen. Dies kommt aber daher, weil das Schwert ihnen keine Blutadern durchschneidet, denn die Diener der Nordpolfee haben eben keine. Nur ein einziges Mittel gibt es, jenen Schneemännern zu Leibe zu gehen. Sie können nämlich durchaus keine Wärme vertragen und werden und werden der Stelle ohnmächtig, sobald man ihnen solche nahe bringt. In deinen Flügeln aber steckt Wärme und ebenso auch in deinem Hauch. Du musst also hauchen und mit den Flügeln fächeln aus Leibes Kräften, damit dir auf diese Weise recht viel Wärme entströme. Etwas anderes weiß ich nicht zu raten. Und nun Gott befohlen, Junckerlein, wahre wohl. Mit diesen Worten wandte der Eisriese dem Ritter den Rücken und ging in seine Höhle hinein. Sigismund aber flog wieder eilig davon. Er flog noch geschwinder als bisher, denn er ängstigte sich gar schrecklich, am Ende zu spät nach Hause zu kommen. Das Nordlicht strahlte immer heller und heller, weil Sigismund ihm immer näher und näher kam. Die Gletscher funkelten und glitzerten dermaßen, dass die Augen des Ritters übergingen. Und nun dauerte es auch gar nicht mehr lange, da war er an dem Eispalast der Nordpol Fee angelangt. Der war gar nicht übel anzuschauen. Er sah fast aus wie ein mächtiger Dom. Säulen und Türme und wunderlich gezackte strahlende Eiswände reichten bis in die Wolken hinauf. Der untere Teil des herrlichen Baues glänzte weißer als der klarste Bergkristall. Die Zinnen und Turmspitzen desselben hingegen leuchteten in köstlichem Rotgold. Das kam von den Strahlen des Nordlichtes. Diese vergoldeten und malten jene wunderbaren Eisgebilde herrlicher als es irgendeine Menschenhand vermocht hätte. Das große Spiegeltor war von so wunderbarer Pracht, wie sie Ritter Sigismund nicht einmal in jener köstlichen Goldhalle des Kirchenkobolds geschaut hatte. In das Innere des Palastes konnte Sigismund jedoch keinen Blick tun. Das Tor war fest geschlossen und zu beiden Seiten desselben standen wirklich zahllose Wächter. Doch diese waren nicht etwa weiße Schneemänner, wie es Sigismund nach den Reden des Eisriesen erwartet hatte, sondern ein ganzes Regiment Landsknechte in bunten Waffenröcken, mit glänzenden Helmen und blitzenden Schwertern stand da wohl postiert. Der Ritter mochte seinen Augen nicht trauen und war im Augenblick fast ratlos. Da er indessen doch sowieso warten musste, bis das Nordlicht verplasst und die Nordpolfee zur Ruhe gegangen war, so zog er sich ganz still hinter einen mächtigen Eisberg zurück, um von den Wächtern nicht vorzeitig entdeckt zu werden und er wog bei sich selbst, was wohl zu tun sein möchte. Sind jene Kriegsleute Wesen von Fleisch und Blut? dachte er. Dann vermag mein einzelnes Schwert, sei die Klinge noch so vortrefflich, doch ganz und gar nichts, wieder solch eine Zahl von Feinden auszurichten. Und ich bin verloren, sobald ich den ersten Schritt gegen das Spiegeltor Waage. Hat der Eisriese aber wahrgesprochen, sind es Schnee und Eis Unholde, welche vor dem Palast ihrer Herrin Wache halten? Nun, dann will ich eben hauchen und mit den Flügeln schlagen, dass es eine Lust sein soll, wenn nur das Nordlicht schon verblassen wollte. Und kaum hatte Sigismund diesen Wunsch getan, da war er auch schon erfüllt. Die rote Klut erlosch und an ihre Stelle trat ein mattes fahles Licht, welches die Dinge ringsumher gespenstisch beleuchtete. Der Ritter trat alsbald vorsichtig hinter dem Eisberg hervor. Und da, welch ein Wunder, siehe, die Landsknechte hatten sich in lauter weiße Schneemänner mit Eishelmen und Eiswaffen verwandelt. Auch die hässlichen Klotzaugen starrten blöde, gleich glänzendem Glatteis. Wie in aller Welt mochte dies zugegangen sein? Nun, Ritter Sigismund war nicht auf den Kopf gefallen. Er begriff sofort, dass es die Strahlen des Nordlichts gewesen, welche den Schneemännern bunte Waffenröcke auf den Leib gemalt und ihren Schwertern metallischen Glanz verliehen hatten. Der Eisriese hatte demnach doch recht, sprach er zu sich selbst. Also, jetzt ungesäumt drauf und dran. Und Ritter Sigismund flog bis dicht an die Schneemänner heran, nahm alle Kräfte zusammen und schlug mit den Flügeln, hauchte und pustete, dass er feuerrot im Gesicht wurde. Und wahrhaftig, ein Schneemann nach dem anderen stürzte zu Boden. Die vorderen Reihen putzelten auf die hinteren. Padauz, padauz, ging es von einem Ende zum anderen. Und ehe es sich die erschrockenen Schneeleute recht überlegt hatten, da lagen sie schon samt und sonders wie Kraut und Rüben neben und übereinander. Nur einer, der stärkste von allen, war noch übrig geblieben. Er konnte wahrscheinlich mehr Wärme vertragen, weil er noch härter als die anderen gefroren sein mochte. Und einen mächtigen Eisschild vor das Gesicht haltend drang er auf Sigis Mund ein. Da hauchte dieser mit solcher Anstrengung den Schneemann an, dass ihm plötzlich Blut aus Mund und Nase drang. und Er ein warmer Tropfen davon bis zu dem Schneemann herüberspritzte. Da war es auch mit diesem letzten zu Ende und er fiel um wie ein getroffener Holzkegel. Nun war der Weg frei. Sigis Mund öffnete sogleich das Spiegeltor und trat ganz leise in das Schlafgemach der Nordpol Fee. Diese lag auf einem prachtvollen Ruhebett. Ihre Kissen schimmerten wie rosenfarbener Samt. Doch in Wirklichkeit bestanden sie ebenso wie das ganze Bett aus Schnee. Nur ein von dem Nordlicht zurückgebliebener Strahl, welcher gerade auf das Ruhebett fiel, färbte sie so wundervoll rosenrot. Ein überaus zierlich geformtes Palmenblatt aus Eis war das Deckbett und köstliche Eisspitzen zierten den weißen Hals und die zarten Handgelenke der Fee. Ihr Angesicht aber, welches von außerordentlicher Schönheit war, leuchtete ebenso wie die Kissen in zart rosenroter Färbung. Sigis Mund hatte zwar noch nie eine Fee gesehen, doch er meinte, eine herrlichere könne es gar nicht mehr geben. An ihrer Seite erblickte er auch sogleich die bunte Schneeschale, von welcher ihm der Eisriese gesprochen. Und drinnen lag wirklich strahlend und funkelnd wie die Sonne selber in geradezu unbeschreiblicher Pracht das Geschmeide der Fee. Gürtel und Diadem waren aus den entzückendsten über alle Vorstellungen wunderbar geformten Eisblumen und Blättern gebildet. Und Raut Gundes hatte in diesem Punkt recht. Kein Kleinod der Welt konnte diesem Eisdiamantenschmuck an Glanz und vollendeter Schönheit der Form gleich kommen. Bei allem Entzücken vergaß Sigismund jedoch nicht, dass er keine Sekunde zu verlieren habe. Deshalb nahm er, ohne sich lange zu besinnen, den Gürtel in eine, das Diadem in die andere Hand und schlich ebenso leise, wie er gekommen war, zur Tür hinaus. Draußen hob er sich flugs in die Luft und sauste so pfeil geschwind davon, dass ihm selber ganz schwindelig wurde. Als er nunmehr auf dem Heimweg an der Insel des Eisriesen vorüberkam, stand dieser wieder vor seiner Höhle und Sigismund flog auch wieder eilig zu ihm hinab, um ihm mit vielen Dankes Worten seine vortrefflichen Pelzschuhe wiederzugeben. Das freute den Eisriesen sehr und er verehrte dem Ritter als Gastgeschenk eine kleine aus Stein geschnittene Dose. Wackerer Sigismund, sprach er dabei. Ich sehe, du bist tapfer und ehrenhaft zugleich, das schätze ich hoch, und deshalb drängt es mich, dir einen Beweis meiner freundlichen Gesinnung zu geben. Nimm dies Döschen, bewahre es sorgsam und öffne es nicht ohne Not. Es ist zwar nichts anderes drinnen als Rauch, welchen ich aus dem höchsten Berg Schornstein meiner Insel aufgefangen habe, doch dieser Just hat die Kraft jeglichen Zauber zu lösen und er kann dir wohl sehr zustatten kommen. Nun aber eile dich, es ist die höchste Zeit, grüß den Kirchenkobold, sobald du ihn wieder siehst, und nun lebe wohl. Lebe wohl, lebe wohl, gab Sigismund zurück, und in der nächsten Minute war er schon nicht mehr weit von England. Doch er warf jetzt nicht einmal einen Blick darauf, der Morgen dämmerte bereits, und sein ganzes Trachten war einzig darauf gerichtet, zu rechter Zeit die Heimat zu erreichen. Und Gott sei Dank. Schon nach wenigen Augen blicken tauchten die Berge der Alpen und alle anderen, überragend der stolze Mont Plon vor seinen Blicken auf. Und als das Morgenrot die ersten Wolken färbte, da stand er hell und gesund auf der Prüstung jenes Burgfensters, von welchem aus er am vergangenen Abend in das Tal zum Kirchenkobold hinab geflogen war. Er band eilig die Eulenflügel ab, warf sie weit von sich und stieg alsdann ins Zimmer hinab. Das war eine eilige Reise, sprach er lächelnd vor sich hin. Und ob mir auch das Herz in der Brust pochte, als ob es hinausspringen wolle, schön war es doch, so über die Erde hin zu pflegen. Es dauerte gar nicht lange, da wurde die Tür seines Zimmers geöffnet und die Diener der schönen Raut Gundes erschienen, um Sigismund vor ihre Herrin zu führen. Sie waren nicht wenig erstaunt, als sie den unvergleichlichen Schmuck der Nordpol Fee in den Händen des Ritters erblickten und erzählten ihm, dass Raut Gundes vor Ungeduld die ganze Nacht nicht geschlafen und sich schon mit dem ersten Sonnenstrahl von ihrem Lager erhoben habe. Nun aber würde sie gewiss sehr erfreut sein, meinten sie dann, und eine fröhliche Hochzeit müsse alsbald allem Ungemach ein Ende machen. Und als er nach wenigen Sekunden vor Raut Gundes stand, da sah er auch gar nicht aus wie ein lebender Bräutiger. Ich habe deinen dritten Wunsch erfüllt, schöne Raut Gundes, sprach er ernst, und bringe dir wie du befohlen das Geschmeide der Nordpol Fee. Die Grafentochter mochte ihren Augen nicht trauen, sie war ganz sprachlos. Zorn über den Ritter, welchen sie nunmehr als ihren Gemahl und Herrn anerkennen musste, und Freude an dem köstlichen Kleinod, welches er ihr bot, stritten in ihrem bösen Herzen wie zwei feindliche Gewalten gegeneinander. Endlich langte sie stumm nach dem Geschmeide. Da drückte ihr Ritter Sigismund das Diadem auf die Stirn und legte ihr den Gürtel um den Leib. Und im selben Augenblick wurden ihre Wangen und ihre Lippen weiß wie frisch gefallener Schnee. Ich erstarre, ich erstarre, stöhnte sie zugleich furchtbar auf und rang nach Atem wie eine Erstickende. Weg mit dem Geschmeide! Und zitternd zerrten ihre Finger an dem glitzernden Gürtel und an dem strahlenden Diadem. Doch die Finger erstarrten im Nu zu Eis und der Schmuck saß wie fest angewachsen. Rettet mich! Rettet mich! wimmerte sie. Doch die Diener liefen davon. Sie hätten um alles in der Welt das Geschmeide nicht angerührt, denn sie mochten, um die schlimme Grafentochter zu retten, nimmermehr ihre Finger zu Eis erstarren lassen. Sigis Mund aber sprach ungerührt, »Dir ist ein Recht geschehen, du stolze, grausame Jungfrau. Ich aber habe jetzt Wichtigeres zu tun, als dich zu retten, wirst auch nicht gleich erfrieren.« Und mit diesen Worten trat der junge Held eilig zu den Papageien, welche dicht gedrängt auf dem größten Zierstrauch des Gartens saßen und scheu zu der stöhnenden Raut Gundes hinüberblickten. »Ihr sollt erlöst werden von eurer schmachvollen Verzauberung,« redete Sigis Mund nunmehr die Papageien feierlich an, öffnete geschwind die Steindose, welche er von dem Eisriesen erhalten hatte, und prallte alsbald selbst zurück vor dem dicken Qualm, welcher ihr jetzt in gelb-braunen Ringen entstieg. Für eine kurze Zeit schien der Strauch, auf welchem die Vögel saßen, sowie dessen ganze Umgebung in eine undurchdringliche Wolke gehüllt, dann hob sich dieselbe plötzlich wie ein dichter Schleier in den reinen Äther empor, und anstelle der bunten Vögel standen lebensfrisch und kraftvoll wohl gegen hundert junge Ritter in glänzenden Rüstungen vor Sigis Mund und jauchzten ihrem Retter mit lauten Heilrufen entgegen. Inzwischen war der alte Graf Dietrich herbeigeeilt und hatte mit Entsetzen das Unglück geschaut, welches über seine schöne Tochter gekommen war. Und so sehnlich er auch sonst die Erlösung der verzauberten Ritter herbeigewünscht hatte, jetzt blickte er kaum nach ihnen um. Nur der heiße Wunsch, seine Tochter zu retten, erfüllte ihn Er scheute sich nicht die schrecklichen Eisdiamanten zu berühren und war bereit seinem Kind den todbringenden Gürtel vom Leib und das den Scheitel erstarrende Diadem vom Kopf zu reißen. Doch da er verzweifelnd nach beidem langte, wuchs der Kristallstuhl, auf welchem Raut Gundes wie immer saß, jählings in die Höhe, so dass ihm Diadem wie Gürtel unerreichbar wurden. Ein herzbewegender Schmerzenslaut entrang sich den Lippen des unglücklichen Vaters und aus Mitgefühl für ihn bemühten sich nunmehr sämtliche anwesende Ritter und der wackere Sigismund allen voran um die Rettung der Jungfrau. Tische und Stühle und die höchsten Steigleitern wurden eilig herbeigeschafft. Doch mochten die hilfsbereiten Ritter auch eines über das andere stellen und mit größter Lebensgefahr auf den gebrechlichen Gerüsten Emporklimmen wie die Gämsen. Es blieb alles vergeblich. Denn je höher sie stiegen, desto schneller wuchs der Kristallstuhl mit Raut Gundes Empor und blieb ihnen also ewig unerreichbar. Die einst so stolze Jungfrau vermochte längst mehr keinen Laut von sich zu geben. Kaum das noch ein leiser Atemzug ihren froststarren Lippen entfloh, sie glich bereits einem leblosen weißen Marmorbild. Ihre Kleider selbst mussten erstarrt sein, denn kein Fällchen hob sich im Zugwind. Ihre diamantnen Alpenrosen waren gar nicht mehr von dem Eisgeschmeide zu unterscheiden, und dieses Selbst schien fortwährend gewaltig zu wachsen, und umwucherte bald die ganze zarte Gestalt. Da nahm Sigismund den armen alten Grafen Dietrich bei der Hand und führte ihn mitleidig von diesem Ort des Schreckens hinweg ins Tal Die Ritter und die ganze Dienerschaft folgten, und freundliche Bauern kamen ihnen von unten her entgegen und beklagten schlicht und herzlich den unglücklichen Vater und auch die hart gestrafte Jungfrau. Gar geschwind ging die Schreckenskunde von Mund zu Mund und Hunderte, Tausende von Menschen schauten bald stumm vor Entsetzen zu dem erstarrten Frauenbild empor. Als jedoch der Abend herniedersank, da gingen sie alle heim und suchten ihre Ruhestätten auf. Nur der Kreise Graf Dietrich rührte sich nicht vom Fleck und blieb unbeweglich allen Vorstellungen und Bitten gegenüber. Am anderen Morgen fand man ihn tot, noch immer mit offenen Augen nach seiner Tochter schauend. Der Kram hatte ihm das Herz gebrochen. Die Jungfrau aber war über Nacht samt ihrem Kristallstuhl bis hoch in die Wolken hinaufgewachsen und völlig zu Eis geworden. Weder von ihrer herrlichen Gestalt noch von ihrem wunderschönen Angesicht war irgendeine Spur zu entdecken. Auch die Burg und der prächtige Burggarten waren unter Eis verschwunden. Ein steiler von funkelnden Gletschern umgürteter Berg mit einer kleinen dreieckigen Eiskrone auf dem schneebedeckten Scheitel ragte anstatt des waldumgrenzten sonnigen Hügels starr und stumm riesengroß in die klare Morgenluft hinein. Und starr und stumm vor Schrecken wandten sich alle ab, welche ihn an jenem Morgen erblickten. Der tote Graf Dietrich wurde als bald vielen Ehren zu Grabe getragen. Ritter Sigismund aber kehrte mit seinen Brüdern von sämtlichen Rittern, welche er erlöst hatte, geleitet, in seine Heimat zurück. Unterwegs berichteten ihm die ehemaligen Freier der schönen Raut Gundis ausführlich, wie auch ihnen der goldene Zauberdolch von der Grafentochter entgegengehalten worden war, und wie sie alle, die tückische Waffe ahnungslos berührend, sich augenblicklich unter unbeschreiblichen Schmerzen in jene bunten Vögel verwandelt hatten, und Sigismund erzählte seinerseits von dem klugen Kirchenkobold, von dem guten Eisriesen und und der schönen Nordpol Fee. Und des allseitigen Staunens gab es kein Ende. Daheim in dem alten ehrwürdigen Herzogsschloss aber, wurde die ganze Schar jubelnd empfangen. Die Freude des alten Herzogs, da er all seine Söhne gesund widersah, kann man sich leicht vorstellen. Und ehe eine Woche verging, feierte Sigismund mit seiner lieben kleinen Hilde eine fröhliche Hochzeit, von deren Glanz und Herrlichkeit im ganzen Land noch lange und gern erzählt wurde. Dies ist wahrheitsgetreu die Geschichte der Jungfrau, wie ich sie von dem alten Alpenberggeist gehört habe. Und nunmehr braucht sich niemand zu wundern, warum man jene stolze steile Alb im Berner Oberland also genannt hat. Sch was ist ein oder er hat. sch ver war sch 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 Vielen Dank.